Hallo und guessing zum nächsten Tutorial. Heute geht es um die Frage, wie bekommen wir Wiggles zum Laufen im Windows 7? 32-bit bzw. 64-bit, wie es in meinem Fall ist 64-bit. Und zwar gibt es da mehrere Probleme. Das erste wäre mal Freeze beim Starten vom Spiel bzw. hängen bleiben im Startmenü usw. usf. Das nächste wäre, dass man keine Einstellungen vornehmen kann, was Auflösung und Framerate angeht. Das dritte wäre, dass die Framerate überhaupt ständig einbricht oder bzw. sich ständig verstellt nach dem Spielstart. Und das letzte wäre, dass der Sound nicht vernünftig funktioniert. Habe ich für alle Dinge, für fast alle Dinge, muss ich sagen, eine Lösung gefunden. Die erste, nämlich Freeze, da muss ich euch leider sagen, da schaut es so aus. Wenn ihr eine ATI-Grafikkarte habt, eine aktuelle ATI-Grafikkarte, dann habt ihr fündlich Pech gehabt. Zumindest bei mir war das so. Ich habe das Spiel nicht zum Laufen gebracht. Ist mir da und abgestürzt bzw. im Startmenü vom Spiel selber hängen geblieben. Sound ist weitergelaufen, Bild nicht oder auch mal schwarzer Bildschirm beim Starten. Da schaut es ganz schlecht aus. Die Workarounds, von denen man liest in den Foren, dass wir zum einen alten ATI-Grafikkartentreiber installieren. Und das funktioniert. Allerdings hat man ein großes Problem, fast kein anderes Spiel funktioniert mehr, weil die meisten Spiele brauchen einen aktuellen Treiber. Außerdem riskiert man durchaus den ein oder anderen Systemcrash. Also ich war da nicht sehr glücklich mit den alten Treibern. Habe dann beschlossen, ich weiche auf eine Nvidia-Grafikkarte aus, sprich auf meinem Laptop. Da funktioniert das einwandfrei. Gibt auch noch ein paar andere Lösungsansätze. Omega-Treiber und so weiter hat aber, wie gesagt, bei mir alles nicht funktioniert. So, das nächste wäre, dass man die Einstellung nicht vornehmen kann, bzw. wenn man jetzt hier im Wiggles auf den Set-Mode geht, dann kann man hier zwar alles einstellen, inklusive der Framerate, aber man kann nicht speichern, weil der OK-Knopf deaktiviert ist. Für das gibt es eine relativ einfache Lösung. Für das gibt es nämlich die Set-Mode Win 7. Und die kann man sich zum Beispiel downloaden im Wiggles-Koch-Studio, so heißt es. Da werde ich den Link in die Videobeschreibung platzieren. Da gibt es, schauen wir mal, bei den Updates, genau, gibt es nebst den ganzen Patches, die man übrigens installieren sollte, auch die Set-Mode Win 7. Da schaut es so aus, wenn man die startet, da kann man alles einstellen und kann dann auch speichern. Und ja, aufmerksamer Beobachter werden sehen, ich habe hier im System eine AMD Raidon. Ja, das ist eine ATI-Grafikkarte. Ich nehme das Ganze nämlich auf meinem Stand-PC auf. Da funktioniert das alles leider nicht. Ich zeige euch das nur hier, weil hier alles eingerichtet ist zum Aufnehmen. So. Dann, wie geht es weiter? Genau, die Framerates habe ich mir sagen lassen, speziell bei Budget-Versionen schaut das so aus, dass man die Framerate zwar mit dem Set-Mode einstellt, steigt man aber ins Spiel ein, ist das Ganze wieder komplett verstellt. Da gibt es eine Lösung, wo man ein bisschen basteln muss, ist aber nicht ganz so schwierig. Hier unter Data-Scripts-Klasse-Zwerg. Da gibt es die Zwerg-TCL. Da muss man ein bisschen editieren. Vorsichtshalber immer, bevor man was editiert, eine Sicherheitskopie machen. Und dann mit dem bevorzugten Editor, bei mir wäre das das Notepad++, aufmachen. Und hier an dieser Stelle, das ist ganz oben im Skript, bei Object-Init kann man Folgendes einfügen, nämlich erstens mal Performance-Options, Max-Frame-Rate und dann 30 zum Beispiel für 30 Frames pro Sekunde. Und wenn man auch noch Partikel-Effekte einschalten will, dann noch Performance-Options, Particles 1. Ja, das werde ich auch in die Videobeschreibung schreiben, dann könnt ihr euch das einfach rauskopieren. Das war es in dem Fall. Speichern, dann ist das Problem erledigt. Und Sound, zu guter Letzt, gibt das Problem, dass wenn man Wiggles startet, der Sound zwar funktioniert, aber die Sprachausgabe nicht. Sprich, Musik läuft, die Wiggles sind stumm. Für das hat bei mir folgende Lösung funktioniert. In den Foren steht zwar alles Mögliche. Ich sage euch jetzt das, was bei mir funktioniert hat. Das war erstens die Wiggles-Exe per Rechtsklick, Eigenschaften, sieht man das jetzt noch auf der Aufnahme, knapp vermutlich, Kompatibilität auf XP Service Pack 2 stellen und ebenso, und das ist das Wichtige, die Wic-Helper. Ja, da dasselbe, Kompatibilität Service Pack 2, XP Service Pack 2. Ja, damit sollten alle Probleme gelöst sein. Wenn es immer noch nicht funktioniert, ihr könnt es mir gerne in den Kommentar schreiben, vielleicht weiß ich noch was für euch. Ich werde auch alle Links zu allen möglichen Quellen, zu allen Foren, die ich weiß, in die Kommentare schreiben. Da könnt ihr selber ein bisschen wühlen. Da gibt es noch alle möglichen anderen Lösungsansätze, die für mich, aber wie gesagt, nicht funktioniert haben. Für mich hat das alles funktioniert, was ich euch jetzt gerade gezeigt habe. Ja, dann würde ich sagen, war es das wieder mal. Alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vier, denk, und baba.